so hier kann man feststellen wie bekannt ist liefunk in youtube und das würde mich interessieren trägt deine figur eher männliche kleidung ja lebt eine figur in deutschland jawohl wurde deine figur durch youtube berühmt ja spiel deine figur mancraft neu hat eine figur ein musikvideo auf youtube es kommt davor was man als musikvideo betitelt kennt wahrscheinlich oder deine figur durch youtube bekannt als neusage weil zur rufschädigung macht eine figur lucky block lucky block video glückliche blogs videos ja könnte man sagen mit der milky läuft deine figur auf vier beinen nein sprich deine figur deutsch unter anderem ist deine figur ein gamer nein deine figur ein tattoo wird irgendwann mal kommen aber momentan neue spielt eine spiel deine figur bei waro 2 mit weiß nicht was das ist hat deine figur schwarze haut nein ist deine figur älter als 18 oh ja hat deine figur schon mal ein beim vfp stuttgart gespielt neu ich hätte eher von der hsv spielen ist deine figur ausländischer ursprungs ja ist deine figur türkischer herrkunft neu ist deine figur verheiratet ist deine figur ein muslim nein ist deine figur aus dem fernsehen nein ist deine figur asiater asiater oder asiatin ja hat deine figur einen so einen berühmten sohn neu schreibt deine figur songs neu hat deine figur eine berühmte bruder neu eine neue schwester hat deine figur eine feste freundin nein ich verstehe das bin ja nicht ich schon schon jörg oh mann wir sind ja noch nicht bekannt in youtube da muss ich mir mehr mühe geben einmal komm sagen wir bedämpft beschwere jetzt katastrophen wir sind nicht berühmt und Cyber